Auch nach dem Dschungel-Camp gibt es immer noch Drama zwischen Leila Lahua und Kim Virginia Hartung. Jetzt platzt letzterer auf Instagram erneut der Kragen. Kim Virginia Hartung lästert erneut gegen Leila Lahua. Kim Virginia Hartung, 28, versus Leila Lahua, 27, geht in die nächste Runde. Nachdem die beiden Reality-TV-Sternchen im diesjährigen Dschungel-Camp ordentlich für Gesprächsstoff sorgten, scheint Kim Virginia ihre Geschichte immer noch nicht auserzählt zu haben. Denn auch nach Ibis stänkern die beiden sich immer mal wieder ein wenig an. Nun schießt Kim Virginia wieder gegen Leila. Kim Virginia Hartung wirft Leila Betrug vor. Also was genau ist eigentlich passiert? In einer Instagram-Fragerunde wird Kim Virginia von einem Follower darauf aufmerksam gemacht, dass Leila angeblich in ihrer Story über sie gesprochen, es dann aber ganz flink wieder gelöscht hätte. Das ist Kim Virginia zu viel. In ihrer Instagram-Story fragt sie sich. Also langsam reicht es mir wirklich. Wie lange möchte man denn noch Klicks auf meinen Nacken machen, wenn man selbst stinklangweilig und unsicher ist? Und damit nicht genug. Es sprudelt aus der 28-Jährigen nur so heraus. Es wird weird. Habe ich mit dieser Dame auch ein halbes Jahr lang eine Kennlernphase gehabt, von der ich nichts wusste? Fragt Kim Virginia verwirrt und spielt auf ihre Zeit mit Mike Heiter an, der nun mit Leila zusammen ist. Dann fügt sie über ihre Rivalin hinzu. Sie ist dafür bekannt, in anderen Shows mit Typen von einer Freundin rumzumachen und dann zu sagen, ups, ich war besoffen, sorry. Oder dass sie Jemanden komplett vermöbelt wegen eines Korps. Krasse Vorwürfe.